Hi Leute, was geht und herzlich willkommen zum neuen Part von Let's Play Mario Party Superstars. Ich weiß nicht, ob der Aufnahme funktioniert. Jawohl, das sieht doch sehr gut aus, weil es vorhin mich rumgebackt hat, da wäre es seins ja. Gott sei Dank, alles zu funktionieren. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Und ja, wir machen einfach weiter mit einer Party Superstars. Wir können heute sein mit einem neuen Map. Wir haben wieder dieselben Charaktere, mit dem wir spielen. Nämlich ist Mario Recipe Pizza und Jossi. Das finde ich ganz nett. Die Kombination, die wir weiterhin nehmen. Die Spielstärke ist normal, das passt auch bei allen. So, wir hatten so ein Jossis Truppeninsel und ein Spaceland. Und heute geht es weiter mit Pete's Geburtstagstorte. Wir machen... Ja, das ist hier in den Runden. Also nicht mehr auf ein Runden weniger, das passt dann der Cap aus. Minispielregeln ein. Bonusstern ein. Und es gibt alle Arten von Minispielen. Und los geht's, würde ich sagen. Let's da go. Das sind die Settings. So. Und da kommen alle rausgeflogen. Da wären wir. Das ist Pete's Geburtstagstorte. Ja, die sieht so sehr schön aus, die Torte. Hey. Ach, wild. So eine Geburtstagstorte ist nun was Wildes. So, diese Torte ist eins für den Geburtstag einer ganz besonderen Prinzessengestand. Ja, die ist sogar hier. Ja, sogar die Kerzen waren seinerzeit riesig. Es war nicht leicht, sie alle anzusünden. Glaub es. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was wir jetzt feiern. Nur Rest. Nur, wir wollen wieder eine Geburt feiern. Die Geburt eines neuen Superstars. Ah, okay. So, jetzt wird erstmal sehen, was jetzt rankommt. Ne, Toad? Wir müssen jetzt alle Würfel geben. Ach, nee. Ich will nichts über das Spielbrett wissen. Ah, ich kann sogar unten hinzufügen. Okay, ich glaube nur einmal. Sehr interessant. Okay, das muss man sich leider jetzt anschauen. Okay. So, es darf gewürfelt werden. Oh, jetzt bin ich mal als Verletzter dran. Eieieiei. Ob das so gut ist, es weiß ja nicht. Müssen wir schauen. So. So, und da hinten ist also der erste Stern. Okay. Das ist gut zu wissen. So. Dann würde ich sagen, geht's los. Round one. Das ist die Samsook. So, und nochmal was dazu. Das ist schön, ich würfel. Ne, drei. Solide. Ereignisfeld ist ganz so solide. Einfach die Art Münzen. Gut, was auch Rest sein. Erdbeerpflanze, okay. Oh, da werden Münzen geklaut. Ach, wo kommt denn Jossi den Münzen? Okay, das ist wiederum wild. Also für Jossi ist das wild. Ja, für alle anderen. Natürlich nicht, wo die drauf landet. Mach die Musik davon. Und hier kommt, was du gleich sind Ächsen sehen. Auts. Boah. Die Münzen. Da hat Jossi jetzt den zwei Gewinn gemacht. Und noch ein weiteres Mal kann ich den Münzen klauen. Hoffentlich nicht bei mir. Sehr, sehr, sehr unsön. Aber Gott sei Dank, ich bin nicht davon getroffen, wie es aussieht. Gerade so. Da hat es Glück. So. Mal schauen, wie es bei Luigi läuft. Das hat auch fünf, genau so weh es. Okay. Und da kommt zugleich es erst Willi-Spiel. Oi, oi, oi. Ich bin gespannt. Willi-Plaster-Master. Okay. Okay. Ah. was hat sitt. Okay. Das ist nochmal nix, ich muss immer den Yossi vor mir weg machen, jawoll. Nur einer weg. Die Tränen sind halt alle irgendwie hier so doof, kann auch Erik so weiter gehen. Digga, da war ich grad ganz hinten. Gut. Das war knapp. Ich hätte vielleicht auch in der Nähe von ihnen stehen. Ach Gott sei Dank. Ich hätte es einfach ein paar Mal gemacht, so lange es klappt. Puh. Das ist die beste Taktik. Das weiß ich nicht. Aber es hat funktioniert. Das ist doch mal die Hauptsache. Das ist es. Bis jetzt. Erster. So ist das. Und zwei. Hallo Yossi. Was ist mit der Musik hier schön. Oh, wir sind wieder auf dem Ereignis, Alter. Das gibt's ja nicht. Und noch Marta eine. Eieieiei. Und halt einfach beide lehnen. Das ist so ein Geisteskrank. So. Pi zwischen sieben. Da 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 da. Die Musik ist so wilde. Und sie halt einige Münzen. Das ist doch super. Super. So. Sagen wir mal, wo es vermissen geht. Neun. Jawoll. Klug wieder eins. Wie war ich auch so genau aus. Er wird ja das halten müssen. So. Ich hab's auch so genug von den ersten Sternen. Das ist doch super. Oh. Der Kandidat hier wird ja das halten müssen. Dann ist wieder sieben, oder? Fünf nur. Okay. Diesmal nur fünf. Wow. Wow. So. Das erste Minispiel. Ich bin gespannt. Ja. Das zweite. Vor allem. Vor allem war es in eins. Dass ich sogar gewonnen habe. Hm? Weil mich mit den Seiten aussieht. Oh Gott. Wieder das Pinguin-Spiel. Da war's ja richtig kacke. Das letzte Mal. Aber... Vielleicht wird's ja nicht mehr besser. Wir müssen zauern. Start! Mal anfangen, als man möglichst weit vorne ist. Das ist gut. Weil dann kann man sich da... Irgendwie durchtummeln. Oder halt auch nichts. Boah. War so ganz so hart. Aber es hab gewonnen, ey. Wenn da wirklich so viele Pinguine auf einmal kommen wird's wär. Oh lustig, wie sich die Pinguine freut, dass das ist. Juhu. Null ja. U hearings. So. Runde 3. Ja, sie ist am Zug. Okay, okay, okay. Sieh so. Würfelt einen. Oh, die nur... Passt. Hier geht's! Ich mein, es ist erst mal... Du hast jetzt nicht auf ein eigenes Feld gelandet. Es ist ein Revolutionärer, sag's halt. So, Pizza hat wieder Münzen gekommen. Yes. Mario dran. Mal, wie es bei ihm läuft. Ich bin gespannt, was das bei ihm ist. Damit. Oh, läuft das Ganze gut. Tadam. Nein, das ist auch so eine... Oh. Steckt ein Block. Na, da sieht man einer an. Oh, ich hätte gedacht, das wäre ein Stern. Aber Münzen sind auch wilder da. Kann nämlich nicht kiss werden. So, Usain bis zum Stern. Da ist Ruzi gar nicht mehr weit entfernt. Ist schon. Da werden nächste Form ihre Sterne am nächsten Mal. Das ist belastend. Aber also Läufzeit, ne? Kratzende Kurven. Nicht wieder das. Da war es halt erst mies heiße drin. Ich muss jetzt immer gegen die Bande fahren. Ich weiß nicht. Egal. Diesen Münchspitel, da bin ich einfach gar getrennt. Das akzeptieren wir einfach als ein Fakt. Das ist so... ...appreciaten. Das passt. Fertig ist es. Also, man kann ja nicht immer was gewinnen. Ne, ganz klar. So, das nächste Runde werde ich leiden müssen, weil die ersten in der Runde vier zu den nächsten Sternen bekommen. Seinlich wird es zuerst so sein. Noggeld hätte er ja. Und... Läuft doch dran vorbei. Ja. Ich hoffe, wenn du mit ihren Sternen Mist nehmen würdest. Und da geht er hinweg. Mein erster Stern. Ereignisfeld. Oh, lol. Ne Rutze. Besser wie der instant quasi vom zweiten Stern. Wie fies. Ich wollte nicht gehen, Geld. Okay, ich kaufe das Pizza auch so in der Blume. Sehr interessant. Ja, das ist mir Mario. Ja, das ist mir Mario. Jawoll. Das find's doch mal. Oh, der ist halt immer noch da. Oh, der ist halt immer noch da. Shit, dann hättest du ja da aber auch einen Stern holen können. Dacht, er wandert. Ne, dann halt das nächste Mal. Oh, lol. Der ist halt nicht genügend Münzen. Wies, Hade. Denn wenn er gar nicht wandert, ist das halt erst eine Erztenangelegenheit. Minispiele-Time. Yay. Two versus two. Okay. Da stehe. Ich muss ihm die beiden kümmern, die halt auf seiner Seite sind so. Ich muss ihm die beiden kümmern, Ich glaube, das haben wir irgendwie wedelt verkackt. Ne, hä, lol. Ich bin ja gewonnen. Guck mal, wie ich's gemacht hab. Wenn ich gar nicht fast genau was gemacht hab. Boah, Sam gewonnen. Das ist die Hauptsache. Alles andere ist unwissig. So, Runde für den Pfiossi ist am Zug. So, nochmal. Sechs Felder. Ja, uh, das ist weit. Okay, okay. Da bekommt man wenigstens Münzen. Muss man nicht irgendwie zähn. Steuern zahlen. So, bekommt man wieder zähn Münzen. So, wie's sein muss. Das ist nämlich so wichtig und so wichtig. So, es ist Peach dran. Hallo. Wer hat ja eh Heimverteil auf dieser Map. Das ist ganz klar. Und wieder kauft sie es eine. Kleine. Oh, jetzt würde ich eine große kochen können. Aber ökonomisch gedacht. Wer hat sie die Prozesse gekauft, hätte sie nicht mehr genug Geld gehabt für den Stern. Außer man läuft da drüber. Aber das wird zu schnell nicht passieren. So. Hier mal Stern. Ich werde mir nämlich jetzt angönnen. Oh, ja. Wenn auch noch sie in Felder so muss das. Hier gibt's gar keine Items. Jetzt fällt mir. Auf. Krass. So, da bist du den ersten Stern. Jawohl. Jawohl, jawohl, jawohl. Wer muss denn? So. Ach doch, hier gibt's sogar Items. Was? Glückwunsch. Glückwunsch. Das ist eine Sache, was nur eins an Szenen. Würfelt das Doppelte. Und Doppelwürfel. Kann halt gut sein, dass da was... Rapwürfel. Tauset das Feld mit einem zufällig ausgegeltenen Spieler. Ne, wir machen... Glückwunsch. Let's go. Jetzt habt ihr ja das Geld dafür. Ich kann sich ja noch ein anderes Item kaufen. Man kann ja nur eins kaufen. Ist auch besser so. Nein. Da werden mir drei Münzen geklauert. Was für ein Pass. So. Mal schauen, wo du Iti landest. Ah, auf ein eigenes Feld. Das heißt, der darf Geld zahlen. Der hat wieder 7, wenn's man sagt. Da sind 7, 105 oder wie. Ob das sich immer lokal untersieht. Jetzt je nachdem, ob es vielleicht da gesahlt werden muss. So, nächstes Minigame. Oh Gott, ich... Was ist denn? Ach, du heilige. Kubus, der verdammt ist. Oh Gott. Das ist ja richtig easy. Einfach aufpassen, dass die nicht auf meiner Kiste rollen. Ja, moin. Das ist ja richtig. Boah! Shit! Gerade war das erst knapp, ey! Meine hatten die Affenmesserwiss gehabt, boah! Weiß mal, es ist nämlich nicht möglich, es ist richtig easy! Weil, so muss das! Ich hab gewonnen! So, perfekt! Und wie es weitergeht, ob es mein erstes mit der zweiten halten kann und ob es der Superstar wert ist, das sehen wir in der nächsten Runde, weil nur noch 5 übrig sind und auch, was der Setting-Platzierung angeht, sehen wir in der nächsten! Und so! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!